Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es einen Fashion Haul geben, aber nicht von mir, sondern einen von meinen Kindern. Ganz viele von euch fragen mich immer wieder, ob ich nicht auch mal zeigen könnte, was ich meinen Kindern denn so kaufe. Vielleicht, weil sie Kinder haben in dem Alter oder weil sie es einfach interessiert, was andere Mamas denn so für ihre Kinder kaufen. Und dem Wunsch komme ich heute sehr gerne nach, denn wir waren shoppen, wir waren in Gotha, in einem Modehaus der Moses Sauer Gruppe. Und deshalb kann ich euch auch die Sachen zeigen. Es ist einiges geworden für den Max und für den Lissandro. Ich werde es auch so machen, dass ich euch die Sachen einblende, damit ihr mal seht, wie das Ganze angezogen aussieht. Und wir starten jetzt mit dem Lissandro. Und zwar hat Alessi zwei neue Hosen bekommen. Zum einen diese hier. Schaut mal, wie schön die aussieht. Und zwar hat die hier vorne, was ganz Besonderes, wie ich finde, nämlich diese Knöpfe. Aber die sind fake, weil wir hier nochmal einen Reißverschluss haben. Und ich finde, das sieht richtig stylisch aus. Auch mit diesem Verschluss hier. Das mag der Lissi am liebsten, wenn es kein Knopf ist. Das nervt ihn dann total, wenn es einfach nicht zugeht gleich. Und deshalb sind diese Verschlüsse hier ideal für Kinder in dem Alter. Und ich finde es auch richtig gut, dass diese Hose hier dieses Teilchen hier hat. Das kennen bestimmt alle Mamas. Damit kann man eben die Hosen verstellen, wenn sie eben noch ein bisschen zu groß sind, dass man das Ganze nochmal ein bisschen kleiner machen kann. Ich sage euch auch jetzt mal immer die Größe dazu, die Marke und was es gekostet hat. Und zwar ist diese Hose hier von Name It. Das ist mir ein Begriff, weil ich einiges von Name It kaufe eben meinen Kindern. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne und stylische Marke. Auch vom Preis her geht es, wie ich finde. Die Hose hat 36,95 Euro gekostet. Und ich habe die Größe 146 genommen. Und ich finde, die steht im Lissandro einfach richtig, richtig toll. Dann machen wir mit dieser Hose hier weiter. Und zwar ist sie in einem Grau gehalten. Könnt ihr ja sehen. Die Marke ist mir jetzt zum Beispiel keinem Begriff gewesen. Und zwar nennt sie sich Lemi. Ich habe dafür bezahlt 39,95 Euro. Und ich habe die Größe 146 genommen. Auch diese Hose hier warm lässt sich jetzt ein bisschen zu groß. Und deshalb finde ich es auch bei der hier wieder richtig gut, dass sie eben dieses Teilchen hier zum Verstellen hat. Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz meine Haare zusammen machen, weil die nicht tierisch nerven. Ihr achtet jetzt einfach mal nicht auf die Haare, sondern auf die Klamotten. Wir machen weiter mit dem Lassi. Und zwar mit einem Long Sleeve. Ich muss auch dazu sagen, dass die Jungs sich die Klamotten ausgesucht haben. Also das hat wirklich super funktioniert. Der Lassi hat den Max ausgesucht. Und der Max hat den Lassi ausgesucht. Hier haben sich dann gegenseitig die Sachen in die Umkleidekabine. Ich war am Drehen. Dazu erzähle ich euch dann ein wenig mehr in einem Vlog. Mal sehen. Auf jeden Fall ist da eben was gedreht worden. Und die Jungs waren dann beschäftigt zu shoppen. Das Teilchen hier hat sich der Lassi eben noch ausgesucht. Dieses Long Sleeve. Das ist auch ein bisschen dicker. Das fand ich richtig gut. Jetzt dann für die Schule, weil im Klassenzimmer ist es natürlich auch warm. Es ist allerdings nicht zu warm für ein T-Shirt, sondern da ziehe ich den Jungs sehr, sehr gerne diese Long Sleeves an. Jetzt eben dann im Herbst und dann im Winter eben noch dickere Sachen. Dieses Long Sleeve hier hat 26,99 Euro gekostet. In der Größe 140. Also XS steht hier. Und diese Marke kenne ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Also hier steht Million X. Sagt mir jetzt wie gesagt gar nichts, aber ich finde es sehr, sehr schick. Und das steht im Lassi auch sehr, sehr gut. Mag ich sie. Dann machen wir weiter mit einem Hoodie. Denn der Lassandro trägt auch sehr, sehr gerne T-Shirts. Aber wie gesagt, jetzt dann zu der Jahreszeit, jetzt im Herbst, wird es zu kalt im Klassenzimmer. Und deshalb mag ich Hoodies sehr gerne. Allerdings ist es ein sehr warmer. Deshalb wird er das dann im Winter tragen. Und der ist so, so kuschelig. Als ich den gesehen habe, habe ich sofort gesagt, okay Lassi, den nimmst du definitiv. Größe 140, 39,99 Euro. Auch wieder von dieser Marke Million X. Wie gesagt, die sagt mir gar nichts, aber das hat sich bereimt. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig aus. Hier mit diesen Details. Hier mit diesem Kragen. Und hier, das gefällt mir auch sehr gut. Also ich finde es sehr, sehr edel. Hier auch nochmal dieses Detail. Und es hat auch Taschen. Dann kann er sich schön die Hände in die Taschen stecken. Dann machen wir mit Lissandros Schätzchen weiter. Hatte er an und hat dann sofort gesagt, Mama, der gefällt mir so gut. Den möchte ich bitte unbedingt. Und ich fand, der stand ihm so, so gut. Und deshalb habe ich mich natürlich dazu entschieden, Ja zu sagen. Der sieht jetzt so aus. Der ist von Staccato in der Größe 140 für 29,99 Euro. Ich finde, im Lassi steht es richtig gut. Ist auch hier schön kuschelig, ganz warm. Und dann eben, wenn es kalt wird, ist er da. Auf jeden Fall bestens, ja, bedient, angezogen, gewärmt. Irgendein Wort. Ich habe mal wieder Wortfühlungsstörungen. Jetzt kommen wir aber wirklich zum absoluten Schätzchen. Das hat er sich ganz, ganz doll gewünscht. Das habe ich ihm auch angesehen. Und er war so süß. Und hat gesagt, Mama, das gefällt mir wirklich so, so gut. Und das möchte ich bitte unbedingt haben. Da war mein Mama-Herz einfach zu weich. Muss ich wirklich zugeben. Ich habe nämlich ganz schön geschluckt bei dem Preis. Jetzt kommen wir erstmal zum Pulli. So sieht er aus. In einem schönen Grauton. Der Pulli wird ihn definitiv sehr, sehr warm halten. Der ist ganz, ganz flauschig. Sehr, sehr kuschelig. Aber wie gesagt, der Preis hat mir überhaupt nicht gefallen. Sehr, sehr viel Geld. Seit 44,99 Euro. Oh mein Gott, da habe ich wirklich geschluckt. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Der hat mich so süß angeguckt, der Lassi. Und es war wirklich sein Wunsch, diesen Pulli hier zu besitzen. Und ich finde auch, dass er ihm sehr, sehr gut steht. Und deshalb hat die Mama dazu Ja gesagt. Dann kommen wir noch zu zwei weiteren Schätzen. Die fand ich auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, haben sich die Jungs alleine ausgesucht. Aber ich fand die Farbe einfach gigantisch. Ich fand das so, so schön. Jetzt, wenn er dann in die neue Schule kommt. Das Gymnasium. Und ich denke, dass er wahrscheinlich dieses Oberteil hier dann am ersten Schultag tragen wird. So sieht das Ganze aus. Auch wieder ein Longsleeve. Allerdings etwas dünner als das andere, das ich euch gezeigt habe. Hier wieder von dieser Marke Million X. Für 29,95 Euro. Das sieht so, so edel aus. Oder? Was meint ihr? Also das, finde ich, steht im Lissandro auch sehr, sehr gut. Dann ein weiteres Longsleeve. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und zwar zum einen, weil es hier unten dieses Detail hat. Hier manchmal eben, dass noch was unten drunter wäre. Aber das ist einfach nur nochmal so ein Stück Stoff, das drangenäht wurde in diesem dunklen Blau. Das mag der Lassi sehr gerne. Da hatte ich auch mal bei 1000 Kind was bestellt. Ein T-Shirt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Das war auch so nochmal abgesetzt. Und das hier ist jetzt von Sir Oliver. 15,99 Euro habe ich dafür bezahlt. In der Größe, keine Ahnung, 9 bis 10 Jahre. Das ist aber eigentlich auch eher komisch. Der Lassi ist ja 10. Und das ist ihm sogar ein ganz kleines bisschen zu groß. Ein ganz kleines bisschen. Aber das habe ich extra so genommen, damit er auch lange Freude daran hat. Und jetzt kommen wir noch zu einer Winterjacke, die der Alessandro sich ausgesucht hat. Dazu wollte ich euch aber noch kurz sagen, dass es natürlich so ist, dass meine Kinder, ich habe ja vier Kinder, schon auch die Sachen ihrer Brüder tragen. Also der Max sitzt natürlich nicht. Das ist ja der Älteste. Der kann ja nichts von jemand anderem tragen. Aber der Moritz trägt dann manchmal die Sachen vom Max. Da sind die Geschmäcker allerdings komplett verschieden. Deshalb wird es ein bisschen schwierig. Aber dafür trägt es dann der Gianluca. Und Gianluca's Sachen, wenn er was Neues bekommt, trägt dann wieder der Alessandro. Das ist überhaupt kein Problem. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, wenn die Sachen noch schön sind. Warum auch nicht? Das ist nichts Schlimmes. Und es ist so, dass der Alessandro die Winterjacke vom Moritz getragen hat. Der Moritz hat sich diese Jacke gewünscht. Die war sehr, sehr teuer. Leider. Die hat damals 140 Euro gekostet. Aber die war in so einem Grün. Und der Moritz, ja, liebt Grün. Das ist seine Lieblingsfarbe. Dann hat der Moritz die also zum Winter getragen. Zwei Jahre. Und dann hat der Alessandro die auch nochmal getragen. Die sah wirklich top aus. Also da war nichts dran. Überhaupt keine Frage. Der Lessie war sehr begeistert. Und dann hat sie aber so langsam wirklich die Grätsche gemacht, die Jacke. Und deshalb hat sich jetzt der Alessandro eine neue Jacke ausgesucht. Und die sieht so aus. Ich finde, die sieht so, so toll aus. Sehr sportlich. Sehr, ja, stylisch. Die ist von Staccato. Und die hat gekostet 69,99 Euro. Ist natürlich auch eine Stange Geld. Gar keine Frage. Aber für eine Winterjacke, finde ich, kann man das schon auch investieren. Und die sieht so aus von innen. Ganz, ganz weich. Sehr kuschelig. Und dem Lessie hat sie sehr gut gefallen. Wie gesagt, er hat sie ausgesucht. Das waren jetzt also die Schätze vom Lessandro. Und jetzt machen wir mal weiter mit den Sachen für den Max. Also gut. Hier sind also dem Max seine Schätze. Und zwar hat er sich dieses T-Shirt hier ausgesucht. Das war reduziert auf 15 Euro von 19,99 Euro. Von einer Marke, ja, keine Ahnung, ob das eine Untermarke ist oder was auch immer. Ich habe jetzt hier auch mal reingeschaut, weil ich es euch natürlich ordentlich sagen möchte. Ich habe keine Ahnung. Hier steht Q-S. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall finde ich es ein richtig schönes T-Shirt. Die sind sehr, sehr weich. Und ich glaube, das ist sehr, sehr angenehm, auf der Haut zu tragen. Also ihm hat es zumindest schon mal sehr gut gefallen. Dieses T-Shirt hier ist von derselben Marke. Das war auch reduziert. Und zwar auf 15 Euro von 25,99 Euro. Da kann man nichts falsch machen. Ich finde, T-Shirts brauchen die jungen Leute auf jeden Fall. Selbst wenn sie sich dann ein Hoodie drüberziehen. Eben wenn es dann kälter wird. Dann hat er sich einen Pulli ausgesucht. Den fand ich sehr, sehr schön. Und zwar sieht der so aus. Schaut mal, sehr edel. Allerdings ist es dann wirklich für die sehr kalten Tage. Denn hier, ihr könnt es vielleicht erkennen, ist es sehr, sehr flauschig. Der ist auch wirklich sehr dick. Und da ist er im Winter auf jeden Fall schön warm angezogen. Hier kann er auch wieder seine Hände reinstecken. Das mag ich ja sehr gerne. Auch wieder von dieser Marke Q-S für 39,99 Euro. Auch hier wieder Größe S. Die T-Shirts waren auch Größe S. Dann hat er sich noch eine Hose ausgesucht. Und zwar ist die von Tom Taylor. Eine Chino-Hose. Da gefällt mir der Stoff sehr, sehr gut. Das sieht sehr gut auch an ihm aus. Wie ich finde. Dafür habe ich bezahlt 59,99 Euro. Ist natürlich eine Stange Geld. Aber der Max ist ja jetzt auch Student. Und an der Uni möchte er ja auch ordentlich rumlaufen. Also nicht, dass sie jetzt hier nicht ordentlich rumlaufen würden, meine Kinder. Dann hat er sich noch diesen Pulli hier ausgesucht. Allerdings ist er jetzt nicht ganz so dick wie der andere. Der ist von Sir Oliver für 39,99 Euro. Auch wieder Größe S. Der gefällt mir auch sehr gut. Der ist halt eher schlicht, ne. In diesem Grau. Aber auch hier wieder mit den Taschen. Das mag ich eben, wie gesagt, sehr gerne. Hier hat er eben dann auch nochmal das Detail. Da steht eben das Logo drauf. Und ja, da kann man auf jeden Fall schon mal nichts falsch machen. Selbst wenn er sich Sachen ausgesucht hätte, die mir nicht so gut gefallen, hätte ich sie mir jetzt nicht abgeschlagen, ne. Der Max ist ja schon alt genug, würde ich mal sagen. Dann hat er sich noch diesen Pulli hier ausgesucht. Und zwar ist der auch von Jack & Jones. Der sieht so aus. Hier steht einfach nur Jack & Jones drauf in Grau. Hat kostet 29,99 Euro in der Größe S. Der ist auch richtig schön, finde ich. Weil er nicht zu dick ist, aber auch nicht zu dünn. Das ist so ein Mittelding. Weil wenn er sich jetzt seine dicke Jacke drüber zieht, dann schwitzt er quasi nicht. Und ist damit auf jeden Fall gut gerüstet für diese Jahreszeit. Ja, und das war es eigentlich jetzt soweit von meinen Jungs. Die Sachen, die sich eben der Max ausgesucht hat, beziehungsweise der Lissandro. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration für euch dabei. Mich würde auch mal interessieren, wie ihr das so handhabt. Also alle Mamas unter euch, könnt mir das jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise natürlich auch alle anderen, die Geschwister haben. Wie das denn so ist? Wie hat es eure Mama gemacht? Beziehungsweise wie macht ihr das bei euren Kindern? Müssen die Jüngeren die Sachen der Älteren tragen? Oder sagt ihr, nee, das passt schon so? Oder sagt ihr, doch, ihr müsst es anziehen? Wie handhabt ihr es? Also das würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, bei uns ist es so, dass wenn der Gianluca jetzt zum Beispiel sagen würde, nee, der Aufdruck von dem Pulli von Moritz, der gefällt mir überhaupt nicht. Oder die Hose, der Schnitt gefällt mir gar nicht. Dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Dann wird es im besten Fall Lissandro dann tragen. Natürlich kann ich meine Kinder nicht dazu zwingen, weil sie eben schon ein bestimmtes Alter haben. Aber als sie klein waren, war das überhaupt kein Thema. Wobei ich dazu auch noch sagen muss, dass meine Jungs sehr unkompliziert sind, was Klamotten betrifft. Also das war jetzt wirklich eine Ausnahme, dass die alleine losgegangen sind und dass die auch so viel gekauft haben. War auch eine Ausnahme. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber es war schon immer so, dass ich einfach die Klamotten aus dem Schrank habe, frühmorgens ihnen hingelegt habe und das haben sie dann eben angezogen. Ich glaube, bei Mädchen ist das vielleicht nochmal so ein bisschen anders. Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine Mädchen. Aber wie gesagt, lasst uns da gerne austauschen. Und zum Thema, dass sie diesmal so viel ausgesucht haben, wollte ich noch dazu sagen, dass es so ist, dass wir ja in einem kleinen Ort leben. Das wisst ihr ja. Und ich wirklich weit fahren muss, um dann eine Hose oder mal ein Pulli zu kaufen und es super nervig ist. Und deshalb haben wir das Ganze diesmal so gelöst. Ich bin sehr zufrieden. Und damit sind sie wirklich sehr gut gerüstet für diese Jahreszeit, die jetzt eben kommt. Okay, meine Lieben. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen. Schaut auch gerne mal bei meinen beiden letzten Videos vorbei. Da würde ich mich freuen. Ansonsten könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ich gehe jetzt in die Waschküche. Ich muss nämlich diese ganzen Dinger hier abmachen und alles waschen. Ich bin jetzt erstmal beschäftigt. Also, viel Spaß euch. Ciao.